ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir lucia dragon mary ich habe meinen ersten hater unter dem video hostie messe wien also zuerst einmal er kann nicht gut deutsch und es ist ein er ziemlich sicher weil keine frau schreibt immer alter in jedem satz die reden ja dann auch so tatsächlich die reden in jedem satz kommt alter oder oder herst ich weiß nicht wo diese ganzen leute herkommen wo die rauskrabbeln mir sind aber schon so solche auch in der u-bahn aufgefallen da denke ich mir um gottes willen weiß nicht was haben die eltern falsch gemacht oder überhaupt eltern naja weiß nicht auf der straße aufgewachsen also deutsch kann er nicht und zwar raten sind voll hässlich was auch immer das sein soll ratten kann er nicht meinen weil die schreibt man mit zwei t und groß also von groß buchstaben hat auch noch nie was gehört und da schon wieder sage ich in jedem satz kommt alter vor ja was ist mit meinen zähnen das soll mit meinen zähnen sein das sind ganz in ordnung wenigstens hat noch niemand probiert mir welche rauszuschlagen weil ich in jedem Satz alter alter oder herst verwende ja naja leute gibt's haha ich habe noch eins gefunden und er hat sogar das wort alter weggelassen wahnsinn ein rekord wahrscheinlich im nächsten satz dann im nächsten hate also ich werde den nicht blockiert ich finde den super lustig hässlich was hässlich hä oh gott das kann man ja nicht einmal lesen du wenn du meine videos schaust bitte verwende ein wörterbuch oder google irgendwas keine ahnung lass dir was einfallen aber es gibt so ganz tolle bücher die kann man kaufen so mit echtem geld und da stehen dann deutsche wörter drin wieso soll ich ihn löschen es finden ihn viele leute toll nur auf eine person höre ich nicht vor allen dingen wenn die person nicht richtig deutsch mit mir schreiben kann blöd gell auf jeden fall ich habe meinen ersten hater ist halt der zweite kanal auf meinem ersten kanal habe ich eigentlich noch gar niemanden oh ich habe sogar einen daumen runter ich frage mich nur von wem der ist oh oh ja auf jeden fall ja ich werde ihn nicht blockieren ich finde das lustig ich bin schon gespannt was er unter diesem video postet ich freue mich schon das ist super das ist super